jo leute herzlich willkommen zu einem weiteren stream beziehungsweise zu einem weiteren part zu final emblem engage im letzten part haben wir das spiel erfolgreich durch gespielt ich bin mega happy und ja jetzt machen wir die zusatz inhalte jetzt haben wir hier einmal das göttliche kapitel und hier kämpfen wir gegen die süße tiki um sie als emblem frei zu schalten ja und ich würde mal sagen wir haben die leute einmal nur kurz mal gucken ob mir das auch so gefällt das coole ist wir sind ja auch schon teils auf 20 sind sogar alle auf 20 interessant das ist interessant dass wir mehreren gar nicht dabei haben okay ja gut versuchen wir es mal mit dem mit der truppen jetzt dann show me your strength diese doors are protected by a powerful force diese sigils are the only way to unseil the doors do your best to reach me perhaps it would be wise to head for that sigil first alles klar gut das machen wir damit vergnügen so cool ist daneben gegangen kurz hätte ich jetzt gar nicht mit geregelt ist irgendwas ne was haben wir denn hier ach schutzfeld ja gut aber bringt uns jetzt gerade eigentlich gar nix so mobile let's go aber nur 51 prozent krass ja gut sie sind natürlich auch sind natürlich auch relativ auf dem maximum ja wirklich machen mal die animation aus weil im grunde haben wir ja schon alles also die musik kennen wir ja gott sagen auch schon die schöne musik so so jetzt hatte ich gar nicht gesehen dass da ein boss schütze ist doof gelaufen ach ok machen wir aber mal so gut ich kenne dich leider nicht das ist blöd ja ich weiß lass mich doch spielen lass mich doch einfach mal spielen gut hier haben wir wenigstens mal 29 100 prozent treffer ja gut wenn ich ihn da besiege dann besiege ich doch lieber schön na gut ich besiege ihn leider nicht komplett ich mag die musik von dem von dem bei ihm bleiben wir wirklich na gut ich kriege ihn nicht dann das heißt ich musste ich einmal nach oben schicken kann und dann machen wir mal das zu b kommt leider nur die nächste schon und trifft leider mit 46 prozent das ist echt schon bitter so 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 einmal heilen weil ich die einheit noch brauche so feuer lanze so ach wir kommen gar nicht dahin das ist natürlich doof aber immerhin können wir den maria hier zerstören super das ist auch gut ok wir hätten hier noch einer ok einfach mal den dann geht folgado einfach mal nach unten dann mache ich den nämlich per dingstern fertig einmal erholung ok ok er kann zurückschlagen das ist natürlich doof aber dafür halt einen besiegen ist eigentlich immer ganz toll der hat nur ein paar zu viele magier ja naja so da kann ich nichts machen ach ich kann den dadurch angriffen wo 39 prozent trifft krass damit hatte ich jetzt nicht gerechnet aber da haben wir 34 prozent sogar nur so nein das wollte ich nicht ich wollte pflege machen die sind mir ein bisschen zu zurückhaltend also die dürfen schon zu mir kommen und campen also so ja schade der bruch war blöd okay der bogenschützen hatte ich schon wieder übersehen und den zweiten bogenschützen auch okay ach super der ab dem ihr blockiert auch noch geil das ist natürlich fantastisch gut dann purgertief auf dich du kannst dich auch nicht bewegen gut damit könnte ich dich theoretisch erledigen ich versuche immer die geringe wahrscheinlichkeit aber es ist glaube ich bei dem jetzt egal gewesen ob 60 oder 56 prozent aber man kann ja ein bisschen pokern na vielleicht hilft es ja ja gut dann anders so Das war's. super so dann waren wir erholung erholung ist doch besser würde ich bei kleinen mini schäden eigentlich nicht wieder nicht bewegen meine güter das ist nervig gut der kann kein schweigen einsetzen und werden kugeltyp umsonst gekriegt das ist geil so dann kriegst du einmal heilung können wir einmal in der mitte ok das ist doch schon mal fantastisch dass die gegner angekommen können wir uns nämlich um die ganz in ruhe kümmern der ganz in ruhe jetzt nicht nur aber ich meine wir können uns sehr gut um sie kümmert so haben wir den guten speer wunderschönen bruch noch bekommen na das killt den sofort komplett das ist geil das wollte ich nicht wollte das wille glanz machen dann wird der nämlich auch vernichtet und Fogado geht wieder zurück ok noch mal glück gehabt ich raten du bist in abwehrstellung gegangen ne den porträt ok mhm hier nicht komplett drauf das finde ich schade keine stahlachs bekommen macht zu viel damage na klar das trifft ach menno darf auch mal daneben gehen musst du neben alles treffen ja warte wir haben doch ein heiler daneben direkt so dann waren wir hier purgativ damit ich ram heilen kann und dann haben wir tamera aber es nervt ständig dass die mich irgendwie fest festhalten so ist aber nach oben und hier waren wir noch links wow mal 61 prozent nicht am treffen ich bin begeistert so einmal die truhe 2000 gold so damit ist das siegel geöffnet ja und jetzt bitte wieder normalstellung weil sonst dreh ich durch also so extrem jetzt nicht mehr aber müssen eigentlich nicht alle folgen so 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 nachher habe ich schon wieder festgenagelt ich könnte durchdrehen wieder ach leute hört doch auf mich immer festzunageln ok so kann ich ihn töten bestärkung super, da hätte man ja gar nicht mit gerechnet so brechen wir schon mal das siegel dann können wir schon mal wenigstens richtung tiki gehen wenn wir wollten die andere drachen naja waren es sich in drachen ach du scheiße ok damit habe ich jetzt nicht gerechnet dass sie direkt angestürmt kommt sorry da war ich jetzt auch gerade selber stark überrascht ah cool ein teleport den ich nicht benötige und rettung den ich auch nicht brauche aber wir kriegen es umsonst also ich schmecke gar nicht alter immer treffen so ihr bein kommt wieder zurück was sich jetzt wahrscheinlich einfacher anhört als es ist naja erstmal wird der erledigt ja du hast zwei leben gut das reicht für den schonmal aber dann ist mein small vier so gut wie tot leider naja muss ich wohl machen da kommst du weit du kommst weit gut der ist besiegt dann besiegen wir jetzt noch den es wird sowieso ein oder zwei leute werden sterben ich denke mal weil und movier ja ich bin ich bin ich bin so so wenn wir diese mit aber das EP gesammelt erfreut mein herz okay jetzt kommt die verstärkung woher ich jetzt nicht so bock mehr habe wird um 98 prozent sie hat einen crit sekunde ja wobei im grunde ist es eigentlich egal weil wir ja sowieso nur Vale braucht dp ja gut ist eh daneben gegangen aber wir haben gewonnen so Tiki jetzt schließt uns dich uns an meine fress ich kann nicht mehr sprechen gerade ist angefangen und schon kann ich mich nicht mehr labern immer besser so wow es ist sehr entschuldig zu haben wir auf unserer Seite ich bin glücklich zu hören ich bin glücklich zu haben 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 ich mag sie so sie hat mächtige drachenangriffe ok 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 cool interessant zupi dann bin ich mal gespannt wer noch alles kommt im grunde weiß ich es eigentlich schon man hat ja auch anhand der credits gesehen wer noch alles da ist weil alles emblems ist aber trotzdem trotzdem ich warte da gemütlich darauf ich weiß immer noch nicht warum ich die ganzen tiere eigentlich mitnehmen ist so ein tick von mir dass ich die einfach einsammeln muss vor allem weil ich auch noch eines vergessen habe aber ich mag es durch die levels zu latschen deswegen aber ich aber es kann sein dass dieses level aus new from mystery emblem ist also der nachfolger von dem ersten final emblem das habe ich leider gar nicht gespielt da rückt dann tiki auch schon wieder ein bisschen so in dem mist jetzt habe ich auf weltkarte geklickt wobei ging ja nicht ich konnte nur somniel und weltkarte ok 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 ja schön sobald du eine karte des erweiterungspasses abgeschlossen hast kannst du die schlacht erneut als erinnerung bestreiten du kannst diese erinnerung so oft du magst wiederholen mit jeder beliebigen kombination aus verbündeten für diese art von schlachten erhält sie jedoch weder erfahrung noch items items und der verbindung verbündeten status werden zurückgesetzt ja aber warum macht man das denn egal so magma höhle der höhle mit flüssigem lever wurde ein armring gesichtet jetzt bin ich mal gespannt wer hier sein soll ja 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 ja